Was geht ab ihr Dragon Ball Fanatiker? Willkommen zurück hier zu Dragon Ball Fighter Seed! Wie ihr seht, wir haben ein paar neue Kostüme gekauft, bzw. eine Z-Kapsel. Und das kam dabei heraus, viel besser seid ihr noch nicht und ja. Muss so viel Geld ausgeben für alle, es ist einfach unglaublich. Aber egal, wir machen weiter mit der Story. Wie könnte es noch sein? In der letzten Folge hatten wir glaube ich noch Gotenks freigespielt, irgendwie so. Äh, nicht neu, sondern weiter bitte. Neu. Mach einfach mal neu. Läuft wahr. Äh, wo waren wir? Kapitel 7. Ja erstmal kurz zu testen und so ist es klar. Ja. Äh, Bosskampf. Rettung haben wir gemacht. Da ist Celibar als normaler Gegner. Hier ist Freezer. Da haben wir die. Ja, wird schon gut gehen. Nap als Bossgegner. Ist das irgendwie ein Relaunch von Dragon Ball Gate oder was? Was auch ein gutes Alter für Nappa. Hat nicht mal eine richtige Sprechbox. Wieso quatschst du jetzt im Kampf gegen Freezer? Oh! Autsch, der hat gesessen. Der Finger des Bösen. Naja, also cool ist was anderes. Bitte macht es nicht, bitte macht es nicht, Jungs. So, ja, gut, Jungs. Ich bin gespannt, wie starker ist, im Beziehungsweise das Schwächste im Team, wenn man natürlich aus dem Stand von Super ausgeht. Denn, ja, im Fehler, ich meine im Fehler von Dragon Ball Super hat sogar der dreifache Super Saiyajin Groutings gegen einen quasi Base-Vegeta verloren, ohne Super Saiyajin und so. Also in dem Sinne, ganz lustig werden. Au. Ey, ey, ey. Ich will keine Ultimative in Z wechseln, ich will gewinnen. Kein Spruch Groutings. Nö. Ja, ja, Trunks und Groutings sind schon mal super, wa? Ich habe natürlich nie trainiert und deswegen, wenn alle anderen trainieren und sie nicht. Ja, ne, doch mit Weim müsste doch mal einige schwäch sein, als z.B. sogar Piccolo. So schnell kann es gehen. Gut, ich würde sagen, äh, oh, haben wir hier noch einen Dark Freezer. Dann können wir mal vorbeigehen, aber erstmal normaler Cell. Ja. Das könnte interessant werden. Kann ich gerade ziehen? Schade. Ich meine, nein, schon eine Ultimative gegen Cell. Das müsste doch mega episch sein. Oh ja. Übrigens, ich hoffe, es gibt keine Lacks im Video oder so. Oder irgendwie kann man flimmern? Dürfe nicht sein. Äh, wieso ich das erwähne? Das erwähne ich aus dem Grund. Au, au, au. Ah, erwähne ich aus dem Grund, weil ich jetzt wieder meine Aufnahmetechnik erinnert habe. So wie es eigentlich zu seinem von Super Mario Odyssey war. Mit dem Unterschied, dass ich es ein bisschen besser getestet und optimiert habe. Deswegen dürfte es eigentlich nichts passieren. Egal. Aber falls doch. Ich werde es in spätestens zwei weiteren Parts behoben haben. Die plus zwei Folgen nehme ich auf. Ah, äh, drei Folgen. Entschuldigung. Jo, läuft. War mit dem Team. Wo kommt er wieder auf so einem Hilfefeld, da bringt doch nichts Leute, ganz ehrlich. Das ist eine Herausforderung, nix, also ganz, nee. So, machen wir den noch und nach ist Zeit für den Bossfight. Gegen die Klone, mit ihren roten Augen. Ja, was das mit Cell war, keine Ahnung, es war kein Cell-Klon, es war ganz normaler Cell, aber keine Katze, nix, das ist verdächtig, sehr verdächtig, genauso in meiner äußeren Schlimmer. Aua. Mann, ich will nicht mal ausweichen. Geköpfte. Ups. Da kommt schon der Nächste. Was macht der da? Napa. 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 Ernsthaft? Tschüss Napa. 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 Ich drehe. Ich drehe. Wollen wir ganz kurz mal gucken. Oder irgendwie was. Ja, irgendwie da blocken, das ist sowieso ganz scheisse ich finde. Ich weiss auch nicht. Ich weiss auch nicht. Es ist irgendwie ziemlich schwer, das abzupassen, wie ich finde. Egal. Das heisst, noch googeln im Freezer, immer noch. Äh, ja, wo kommt der mal? Oh, wer ist denn, ich glaube, du bist für den Kakerotten der Kakerotten? Ich finde, du bist für den Kakerotten der Kakerotten der Kakerotten. Du bist mega großartig, aber du denkst, wie du das nur mit mir in Waffen bestätigt hast? Hallo? Dräuch Guans Guaner Finger. Äh, Guan, das ist nicht nötig, dass du dich jetzt dir erklärst. Leute, das ist Nappa. So, haute mal viel Fresse und tschüss. Okay, Piccolo wird ihn killen. Du bist nicht nötig, oder? Du bist nicht nötig, oder? Was ist das? Du bist nicht nötig. Du bist nicht nötig. Aber... Piccolo-san und Papa... Du bist nicht nötig, oder? Du bist nicht nötig. Du bist nicht nötig. Du bist nötig. Du bist nötig. Ja, Piccolo-san. Du bist nötig. Okay, macht er trotzdem Guan. Meine Güte. Was soll ich das interessant finden? Gibt es hier immer einen bestimmten Cutsinn für jede Person, die ich im Team jetzt dabei habe? Sprich, bei Goku wäre es ein anderer Cutsinn. Bei Vegeta wäre es auch ein anderer Cutsinn. Also natürlich, wir müssen mal testen, wa? Wäre aber trotzdem faszinierend. Hm. Nicht schlecht. Wie lange dauert das? Dauert das 10 Sekunden? Was zum? Ernsthaft? Scheiß Tanzenmänner. Wollen wir verarschen? Kommt der Enden gemischt. Giniu! 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 Für mein Glück in you! Freezer Summer! Du 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 duu! Hm. Naja. Ging so, würde man sagen. Superkrieger Starker, bitte. Ach, guten Appetit! Zern 20 ist unersettlich. Gosenno-sama, das ist ... Hm, das ist ein ziemlich magamagasches Baum. Du hast jetzt schon alle die Welt auf dem Boden verletzt. Äh, das ist schon ein sehr magamagasches Baum. Das ist ein sehr magasches Baum. Das ist ein Mensch. Äh, ne, er hat gerade eine Pause. Gohan ist im Rennen. Niemand anderes als der gute alte Gohan. Sooo, da bin ich noch mal gespannt, was hier alles, okay, da ist der Bosskampf hier, mhm. Äh, wo noch ein bisschen mehr mit GoTus kämpfen, weil irgendwie von den Supermove gefällt mir gar nicht, was? Ich glaube, ich hatte es noch nie, dass mir bei der PS4 ein Spiel abgeschmiert ist, das ist echt neu. Ja Leute, da sind wir wieder, ähm, was das für ein Fehler war, ich habe keinen Plan, das war so crazy, wie gesagt, das ist mir bei der PS4 noch nie passiert. Also die Frage liegt das jetzt an meiner PS4, ist das ein bisschen lauter, oder, äh, ist das jetzt ein genereller Fehler gewesen, der einfach jetzt halt bei FighterZ auftauchen kann, muss man nachher einen Fehlercode mal ein bisschen studieren. sagen, oh nein, Kapitel, was, der hat nicht gespeichert, ernsthaft? Ja, danke für Fallobst. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay, komm, wir haben gesehen, hier ist sowieso nichts gewesen, komm, ich mache es nochmal schon im Schnelldurchgang und dann nochmal irgendwie manuell speichern und kurz raus. Was ist das? Was ist das für ein Mist? Hey, das wird, dass mein neues Kapitel kommt, der automatisch speichert, was ist das für ein Fail? Oh scheiss, bin ich doof, jetzt hat die perfekte Gelegenheit gehabt, um schnell wegen den Charakter zu gucken. Sprich, wegen, wenn ich jetzt die Vegeta nehme oder eine andere Katze hin kann und so, oh, bin ich ein Idiot. Oh, gerade ist noch gekommen, was? Was? Das Spiel verarscht mich doch! Das Spiel verarscht mich doch! Hm, ich bin ziemlich sauer. Das war's gerade. Da-dee. Das war's gerade. Das war's gerade. Oh, wie sollen die Kerrikger? Oh ja, das war's gerade. Oh ja, das war's gerade. Oh ja, danke. Oh ja, das war's gerade. Oh ja, das war's gerade. Und ich werde, wenn ich jetzt die LKG-Gerbie descubriere, Ja, Freezer, sag mal! Was war das für eine crazy Fehlermeldung? Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht! Niemand weiss es. Doch, die Entwickler, die haben einen Fehlercode platziert. So, Kapitel 8, ja, kommen wieder die Cutscene oder das Spiel? Okay, da kommt es wieder. Ja, laden, laden. So, da kommen wir zuvor. Dann, Spiel speichern. So, jetzt wollen wir mal gucken. Stürzt es wieder, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Achtung, fährt! Alter! Ich dachte gerade schon wieder, ey. Öp, was zum... Hä, ist der Kampf in die Bucky oder was ist los? Napa lässt das Spiel abstürzen, ich sehe es jetzt schon kommen. Das muss der Grund sein, geht gar nicht anders. Tschüss, Vegeta! Tschüss, Vegeta! Ups! Aua! 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 Das ist so, der Hex hat zurück gemacht. Eigentlich hat er noch eine einemache abge-blockt. Na komm, was mache ich überhaupt. Komm, normal zocken, Aua! 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 Was zum... Dann kann ich einen anderen Move einsetzen, der nicht geklappt hat. Na komm, dann wär's doch schön gewesen. Was zum... Grabt sich gar nicht mehr an. Der Galaktische Kringel! Er hat Ten-Shin-Han gekehrt. Der Galaktische Kringel! Na ja. Ja, gut, Tanks. Interessant, aber jetzt nicht wirklich etwas, was ich sagen würde. Ja, muss sein oder so. Moment, doch, Team bearbeiten. Das stimmt ja. Ähm... Nehmen wir alles wieder raus. Packen Vegeta rein. Piccolo. Kann man mir auch streamen bleiben. Cool. Cooler Socken, so. Passt eigentlich, wa? Gut, Freunde, nächste Folge. Äh, nochmal gegen Cell. Dann nach, äh, hier runter. Ganz kurz gegen Nappa. Übungskampf. Dann gegen Freezer. Und dann hier rüber und gucken. Äh, ja. Was irgendwie noch so abgeht. Und sorry nochmal wegen der Unterbrechung. Keine Ahnung, was irgendwie los war. Fehlermeldung. Ähm, wenn es einmal auftaucht, muss man gucken. Was irgendwie ein häufiger Fehler ist bei FighterZ, ob es an der PS4 liegt. Kein Schimmer. Wieder macht's Zeit. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau zäme.